Willkommen in Deutschland. Wir sind hier, um euer Deutsch zu verbessern. Wir beginnen mal mit eurem Namen, ja? Ich heiße Abid und seit zwei Monaten bin ich hier. Ich heiße Afog. Ich bin seit drei Monaten in Deutschland. Ich heiße Danecan und bin seit siebten Jahren in Deutschland. Warum hier? Ja, warum? Ja, weil du genauso schlecht Deutsch sprichst wie die kleinen Kokosplücker. Nur, dass die wenigstens also Ausrede haben, dass sie zwischendurch literweise Wasser schlucken mussten. Klassenfurts Interview, Landbach-Knock. Stimmt's, dass sie ohne Spanx zwei Nummern größer tragen würden? Bitte? Haben sie Hitler persönlich gekannt? Und wenn ja, wie war er so? We are fucked! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! U conversion!